Hallihallo! Friends, wie geht's? Heute zeige ich mal einen kleinen Einblick, wie ich meine Trainings vorbereite auf einem Flipchart Papier, respektive auf dem PowerPoint kann ich demnächst auch mal ein paar Workflows zeigen, wie ich dort meine Sachen gestalte, da ich PowerPoint und Flipchart in meinen Trainings nehme. Aber schau dir gerne das Video bis zum Schluss an und hinterlass auch gerne ein Like und einen Kommentar. Und ich habe Flipchart und eine kurze PowerPoint Präsentation gemacht. Die PowerPoint Präsentation werfe ich mit einem Beamer an die Wand und erkläre, um was es da geht in der PowerPoint und danach geht es in die Flipchart Gruppenarbeit und so weiter und so fort. Ja und das ist meine eigenen Trainingskonzepte und meine eigenen Methoden. Denn wer richtig verkaufen möchte, der muss erstmal den klaren Nutzen an den Kunden bringen und die Merkmale und die Produkte den Kunden mit Begeisterung erklären und dann auch zu verkaufen und diese davon zu überzeugen, dass sie auch gekauft werden. Genau, darum geht es in diesem Workshop, was demnächst ja auch stattfindet. Genau, wenn du da Interesse hast, dann melde dich direkt auf meiner Homepage an.